Hallo Leute, es ist hier und hier, ganz schnell und zwar God of War ist vorbei und ich habe ja gesagt, dass die Auswertung damit nun vorbei ist zwischen Last of Us Uncharted 2 und einem Metal Gear Spiel. Allerdings, Uncharted ist weit abgeschlagen, aber zwischen Metal Gear und Last of Us haben wir ein Unentschieden und weil ich jetzt nichts wählen will und weil ich jetzt zuerst habe ich mir gedacht, die Leute, die Uncharted gewählt haben, dürften jetzt nochmal abstimmen, aber ich meine im Endeffekt ist deren Stimme ja weg. Und die jetzt nochmal aussuchen zu lassen wäre im Vergleich zu den anderen auch unfair, deswegen mache ich folgendes, es gibt noch eine weitere Abstimmung, allerdings nur zwischen Metal Gear, wo ihr immer noch allgemein bestimmen müsst, was ihr sehen wollt, allerdings werde ich Ground Zeroes aus der Abstimmung jetzt rausnehmen. Das hat folgenden Grund, weil Ground Zeroes einfach viel zu kurz ist, um das zu vergleichen, weil ich meine jetzt zum Beispiel Ground Zeroes gegen Last of Us, das ist ein ziemlich unfairer Vergleich und deswegen bleiben wir bei entweder Metal Gear 1, Metal Gear 2 oder die beiden Metal Gear Teile versus Last of Us. Also ich will mal Lone Survivor sagen, aber versus Last of Us. Und diese Abstimmung läuft nur bis morgen 18 Uhr. Um diese Uhrzeit werden keine Stimmen mehr angenommen, das heißt, wer das Video leider zu spät sieht, hat nur mal Pech gehabt, weil ich muss jetzt langsamer anfangen, dieses Projekt aufzunehmen und deswegen brauche ich eine schnelle Entscheidung. Von daher, wählt welches Spiel ihr lieber sehen wollt, weil es das Metal Gear ist, dann wird es halt am Tag darauf nochmal eine neue Abstimmung geben, wo ihr mir sagen könnt, welchen Teil ihr sehen wollt. Von daher schreibt entweder Last of Us oder Metal Gear Solid in die Kommentare. Jeder hat eine Stimme und beim letzten Mal habe ich auch Stimmen über PSN genommen, weil manche Leute keine Accounts hatten auf YouTube. Das mache ich auch nicht, ich zähle wirklich nur Stimmen, die unter dieses Video kommen. Keine Stimmen in Skype, keine Stimmen im PSN und nirgendwo. Ihr müsst es mir dorthin schreiben bis morgen 18 Uhr. Alles klar. Weil so sieht auch jeder, wo die Stimmen sind und dann gibt es auch keinen drumherum. Von daher, bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.